Wenn die Zeit des Ramadan kommt, werden die Lichter in der Stadt heller, Nachttees werden gebraut und Menschen sitzen mit ihren aufrichtigsten Wünschen an den Tischen. Manchmal können wir diese aufrichtigen Wünsche draußen an einem wunderschönen Ort bewerten. Es gibt wunderschöne Orte in Istanbul, die ihre Gäste mit ihren Sahur-Menüs verwöhnen können. In diesem Video haben wir für Sie die Sahur-Restaurants auf beiden Seiten Istanbuls zusammengestellt. Zuerst haben wir die Sahur-Orte auf der europäischen Seite von Istanbul aufgelistet. Fatih Sahur Veranstaltungsorte Hüsnü à la Café und Restaurant Adresse, Demirtas Mahalesi Natsr Izzet Efendi Sokak Nr. 12 Fatih, Istanbul Reservierung unter 0212, 511, 66, 88, Sahur-Menü 400 Teelöffel pro Person Nima Sinan Terrassencafé Adresse, Demirtas Mahalesi, Fatwa Yokuzu Nr. 34 Fatih, Istanbul Reservierung unter 0536, 66, 032, 5 Sahur-Menü 450 Teelöffel pro Person Veranstaltungsorte in Bakakö, Sahur Sari Restaurant Adresse, Basenkö, Istanbul, Kadesi, Nr. 39, Bakakö, Istanbul Reservierung unter 0212, 579, 72, 74, Sahur-Menü 550 Teelöffel pro Person Teres Live Café und Rest Adresse, Kartal Teelöffel in Sirli, Kadesi Akbulut Ihan, Bakakö, Istanbul Für Reservierungen, 0507, 257, 12, 12, Sahur-Menü 370 Teelöffel Schahistan Café und Restaurant Adresse, Osmaniye, 75. Sokak, Zeitinbomi, Istanbul Für Reservierungen, 0212, 466, 30, 03 Sahur-Menü 400 Teelöffel Sazeli, Floria Adresse, neben der Sozialeinrichtung, Stadtteil Senlikke, Floriastraße Nr. 10, Bakakö Für Reservierungen, 0212, 547, 01, 01 Sahur-Menü 590 Teelöffel Sahur-Veranstaltungsorte in Sarja Emirgan Sütes Adresse, Emirgan Viertel, Sakpsabankstraße Nr. 46, Sarje, Istanbul Für Reservierungen, 0212, 323, 50, 30, Sahur-Menü 500 Teelöffel Schloss-Degarten Adresse, Rumeli-Hisa, Yaya Kemal-Kadesi Nr. 22, Sarje, Istanbul Für Reservierungen, 0212, 257, 55, 78 Sahur-Menü 450 Teelöffel Ayyb-Sahur-Veranstaltungsorte Hangaus-Manische Küche und Schwarzmeerküche Adresse, Bezirk Islendi, Terazili-Maslak-Straße Nr. 6, Ayyb-Sultan, Istanbul Für Reservierungen, 0212, 615, 65, 02 Sahur-Menü 450 Teelöffel Van Frühstückssaal Adresse, Bezirk Nisanka, Deftadar Straße Nr. 8, Ayyb-Sultan, Istanbul Für Reservierungen, 0546, 878, 15, 17 Sahur-Menü 400 Teelöffel Aziyade Restaurant Adresse, Ayyb-Merkes, Touristische Einrichtungen, Pierre-Loti-Hil, Idris-Köskü-Straße Nr. 6, Ayyb-Sultan, Istanbul Telefon 0212, 497, 13, 13 Sahur-Menü 400 Teelöffel Gehen wir weiter zu den Sahur Places auf der anatolischen Seite von Istanbul Beginnen wir mit den Veranstaltungsorten in Zengelkö-Sahur Kuleli Yakamos Restaurant Adresse, Zengelkö, Kuleli Straße Nr. 69, Üsküdar, Istanbul Telefon 0216, 318, 95, 05 Sahur-Menü 500 Teelöffel Historisches Snarald-Restaurant Adresse, Zengelkö, Milliampere Stunden Zengelkö-Straße, Snalkemi Straße Nr. 4, Üsküdar, Istanbul Telefon 0216, 422, 10, 36 oder 0554, 713, 19, 05 Sahur Menü 450 Teelöffel Veranstaltungsorte in Üsküdar-Sahur Vanike Café Adresse, Kandeli, Vanike, Kadesi No, 2, Üsküdar, Istanbul Telefon 0216, 462, 05, 41 Das Sahur-Menü kostet 590 Teelöffel für 2 Personen Dilruba Adresse, Kuzguncuk Milliampere Stunden Barg Sanktno, 1 Feti Passa Grove Üsküdar, Istanbul Telefon 0216, 492, 15, 00, Sahur-Menü ist offenes Buffet Es kostet 585 Teelöffel pro Person Es kostet 450 Teelöffel für Gäste, die kein Essen auf dem Teller oder kein Getränk im Glas lassen Katibim Café Adresse, Mima Sinan Mahalesi, Üsküdar-Harem Sahel Yolu, Nummer 53, Üsküdar Telefon 0216, 310, 90, 80 Sahur-Menü 550 Teelöffel Tuva Samilka Café Adresse, KSKL, Touristenstraße Samilka Nummer 89, Üsküdar, Istanbul Telefon 0546, 275, 75, 43, Sahur-Menü 495 Teelöffel Baykotz Kanlka Terrassencafé Adresse, Kanlka, Halide Edip Atwar Straße Nummer 6, Baykotz, Istanbul Telefon 0216, 680, 90, 00 Das Sahur-Menü kostet 385 Teelöffel Andere Sahur-Orte auf der anatolischen Seite Lokma Kusuyulu, Katka Vekirolu közte Döner, Imrani Ja, Freunde, wir haben die Sahur-Orte für Sie aufgelistet. Wenn Sie welche haben, die Sie besonders empfehlen, können Sie sie im Kommentarbereich hinzufügen. Sie können sich auch unser Video der Eftar-Veranstaltungsorte in Istanbul auf unserem Kanal ansehen. Wir wünschen allen einen frohen Ramadan. ZD-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z- Untertitelung des ZDF, 2020